Jetzt zwei Glitter- und Klemmerraketen. Jetzt zwei Redstar von WIKO. Jetzt hier vier Raketen auf Schlag, zwei von Niko SP700 und zwei von Lesti aus dem Skyburners. Jetzt hier nochmal drauf Schlag, Big Burst, Color Burst und hier die Colorful Peony. Ja, mega fette Teile, sehr schön. Jetzt hier vier Niko Raketen aus dem Ultimate Mix, Aufschlag, Flash, in Rot, verschiedensten Farben und dann auch zwei Turbo. Richtig schön und richtig fette Teile. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.